Was ist das Schöne, dann spawnen, haste die Kunst, wird jetzt irgendein Knopf, wird der jetzt außen irgendwo So geht's nicht Das sind übrigens die Treppen, fast nicht so blöd machen wie ich, dann kannst du laufen Irgendein Fensterrufe Hey, da ist ein Knopf Aufgemacht Was ist denn ein Laffe, das ist mir gut gespawnt So, jetzt geht's kritisch Die Nadel oder Stingersung, man weiß Ich bin irgendwie verloren Streicher am besten ein bisschen Ich hab's gewusst 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 Ich hab' five Und jetzt bin ich ja fast in die Bomberruhe Was ist denn da der Bumper da? Da wollte die Bomben sein Und wo er das Taubraut rüberstellt Ich hab ein Paukelspaß Ich hab ein Paukelspaß Das hat's genau alles geschaut Bin grad irgendwo drüber kreichelt Dann sicher nicht Das Leben noch dürfen Aber getasert Nicht Wenn man das macht, wenn er die Taub 3 Augen warum Aber ich hab's einfach gemacht Zeig mal Das Nähe Sie schauen auf mich Was ist denn Was ist denn Soll ich mich da wüsste? Ich weiß nicht Wo bin ich denn Jetzt eigentlich? Machen wir noch weiter Sie erwarten nicht, dass du da bist Doch jetzt runter runter Ich weiß nicht Komm vor allem rein Oder Obwohl, nein 3 Runden 3 Runden Die Lenken wieder überschlagen Echt Wo bin ich denn eigentlich? Der Kämpfer ist ja nicht da, sagt mir Nein 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 Ich glaub ich immer im Bomberloom halt Ich glaub ich immer im Bomberloom halt Ich seh's immer noch da und Der ist immer da unten Schau dass du immer das Hecken kannst oder Der seckt mich Entfestert mich Entschuldigung Hörg's wir denn was am Anfang wieder Ja Oder? Ja Besser? Nein Na Ich muss mich da oben Erfügt Und dann wieder Jetzt hab ich gerade nicht geschossen Ha 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 Halt, du bist bei mir! Sauber, hektes Ding! Gegen vor Ort war ich Die Tüsten, ja! So! Ich hab's gewusst! Ich will sogar den Ratschen geben! Mhh... Was ist der Scheißbombe-Millepicke? Oh, wie kitzig ist! Ist das alles klar bei mir? Schau, das ist halt... Ah, ne... Okay... Nein, nein, jetzt hilf! Fahrst du in Richtung Radatour! Fahrst du die Bombe weg! Das ist jetzt bald tot, ne! Ficks! Sie richten mich auf, oder? Ich hab noch am Anfang noch falsch! Schau, dass du gleich raufkommst! Die warten jetzt nicht, dass du kommst! Oder sie warten, dass du kommst! Oder sie warten, dass du kommst, aber... Das ist nicht so schnell los! Und was hilft? Irgendwo auch für alle... ...pinte Bier! Gern mal rein! Ich geh mit! Du kommst da rein! Du kommst ja da rein! Du kommst ja durchschießen natürlich so! So! Jetzt haben wir geschossen! also sonst ist er auf jeden fall wieder unten den kannst du vielleicht irgendwo in der Stiftcamp bekämen ach der camp da oben also vergasen vergasen ja das wäre schlecht der andere ist da bei dir oder was ja da unten ist einer so dick rot oh dann heißt das dass du dir ein bisschen ablenker hast also das heißt ha einfach das dick kommt irgendwo rein ich hacke ich hacke dann können wir nämlich in einen anderen Raum rein wenn ich was gehackt so jetzt ist immer so abgeschachtet ich habe keine Ahnung wie rein gekommen ja ist das mies ich komme da nicht rein ah da ja 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 ne ja ja was ja jetzt wegkommen gut gewischt ja gut das geht nicht rein oh oh das macht die Bühne nicht selber AHHHHH DRECKS HAUT gleich von unten, nein hier irgendwo hey bist du bei mir? ja das verschärst du mich aber gleich ja du hast dich so gerne von Laufgeopfert sagst du das Schlimmste ist ja da ist gar kein Objektiv äh doch da ist schon aber bist du mal drücken? ja so gut wie möglich das in mir erinnern scheiße hehehe schalke runter weißt du was? ja das ist toll dann leg ich das andere scheiße weißt du was das kommt wahrscheinlich gleich so gerne ja ja sind alles von mir hehehe sind alles von unten ganz von Bomberammi Bomberammi ja das ist links dann ich hoffe es eh nicht mehr gut wenn du schlose von mir waffst du das ich nur wenne öpple roll man kann es einfach mal auf Lötchen oder auf Salter ey ich roll die ganze Gemeinde dauerl roll dauerl roll kann alles von Bomberammi nicht naja stelle wehlu naja das ist ja jetzt irgendwie komisch oder da kann es Ja! Schafft! Wo ist der Trainsektor? Wo ist der Trainsektor? Wo ist denn der Trainsektor? Wo ist denn der Trainsektor? Wo bin ich eigentlich? Ich wäre fast von der Sucht so angefangen worden Weißt was ich gleich jetzt einfach mal hinzu raffe Schauen wir mal was ich habe schlecht gesetzt Ich stehe in der Sucht drinnen Was mir nix bringt Das ist seinste Labyrinth oder? Ja genau Ja genau Na Was komm ich hier? Warum schreckst du mir auf da? Ja auch nicht mehr lang Hey! Ich bin wieder in Sucht Warum schreckst du mir auf? Da ist ja gesassig Wahrscheinlich ist da so vieles geheime Soll ich jetzt rein Ich wusste es noch nicht bestellt aber Also habe ich mir erschossen Grob bin ich durchgekommen Tunderschwärts bin ich jetzt auch Schneiderin durch Hab ich schon aufsehen noch Ich habe keine Zeit mehr Zum hacken Jetzt stehe ich wieder in der Sucht drinnen Das geht so nicht Das geht so nicht Feine Schluss Wir haben es noch zu spät Gerecht Jetzt waren ja aber nur 2 Sekunden zu melken Jetzt bin ich dann noch so gestoppt 7-7 7-7